Gehen wir hin. Wir gehen da. Pujinki kommt, das noch für uns kommt. Haha. Ja. Da werden viele sein. Das sag ich dir direkt. Wo? Pujinki? Äh, ja du hast recht. Siverny, komm wir gehen Siverny gleich raus. Äh. Scheiss, egal. Siverny wie das, man. Dein Ernst? Ja, komm. Bleib mal vorne dran, also nicht irgendwo mitten rein, sondern, äh. Genau, bei... Bei Rest seiner Markierung. Ja, probieren wir das. Oh. Oh shit. Ja. Das ist Siverny. Siverny. Es sind schon welche unten. Es sind schon welche unten. Abdrehen, abdrehen, abdrehen. Das bringt nichts. Abdrehen. Äh. Wohin, wohin. Wir brauchen ein Auto. Sucht ein Auto. Ich sehe eins, aber da kommen wir nicht hin, ohne zu sterben. Shit. Hä? Ist hier halt echt kein Auto mehr. Fuck. Boah, Siverny ist ja ultra abgegangen. Da sind ja alle rausgehüpft, das ist ja Wahnsinn. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich hab eine. Ich hab gar nicht. Ich hab keinen Kill, nein. Wohin, Auto. Wohin. Wohin. Wenn der hat einen Kill, nice. Wohin, Auto. Wohin, Auto. Wohin. Äh, was macht das für einen Unterschied, ob man barfuß spielt oder nicht? Nein. Achso, jetzt halt, weil... Wir müssen... Okay. Glaubst du, das schafft man, ihn zurückzuholen? Also ich bin komplett... Ihr müsst dann die Leiche... Ja, ich hab jetzt mal deine... Deinen... Punkt markiert. Die Leiche können wir ja später holen eigentlich. Wenn da... Wir brauchen erstmal ein Auto irgendwie. Weißt du, ob der allein war oder waren die zu zweit? Der war allein, der schon rumgehopft. Also der, wo mich gekillt hat. Und da war ein Haufen Bots in der Nähe. Ich hab mit dem Bot gekämpft und der ist dann von der Seite gekommen. Ich hab ihn noch ein bisschen verletzt, da wo. Also ich hab auf jeden Fall deine Location markiert. Ich hätt ein Mountainbike. Das ist die Frage, wie kommen wir da rein, ohne zu sterben? Der hat den Totenkopf-Dinger da, äh, Skin. Totenkopf-Skin? Ja, ja, den Schädel da. Ja, ich renne jetzt einfach rein und wenn ich sterbe, dann ist es so. Also ich bin zwischen den gelben und dem... Also in dem gelben Haus vorne rechts. Da war meine orange Schalter da innen drin, ja? Oh Gott, auf dem Dach ist auch einer, es sind überall. Aber schon kein Schott. Gar nicht. Was schaust du mir zu? Bänder im grünen Haus ist einer, der läuft jetzt raus. Grünes Haus? Ja, du bist schon nett in der Nähe. Okay, dann egal. Auf dem Bach ist auch einer, hast du es gesehen? Ich bin gerade, äh, bin gerade dabei, bist du zu looten, weil ich hab gar nichts. Was? Also ich bin auf der anderen Seite vom Haus in einem ganz Bereich. Ressichert, ein Mountainbike. Riekelz. Das ist gar nicht. Genau da, das gibt, das ist, das bin ich. Okay, Bänder holen mich mit dem Mountainbike ab. Ja, wie? Mountainbike ist ein Sitzender. Ja, ach was? Wack, kurz, ich kann kurz nach einem Auto suchen. Dann hol ich dich ab. Überleg hier. Probier zu überleben. Ja. Überleb hier mit Sicherheit nicht. Herr Rache. Hattest du was? Okay, ich glaub dir auch. Das ist echt, das ist echt. Aber keine Muniz. Keine Muniz. Hab ich keine Muniz? Hat er alles geklaut? Okay. Egal. Ich hab hier in ORZ, ich hab hier in ORZ. Auf mich wird geschossen. Und wenn du da in die Rune reinläuft? Auf mich wird geschossen, Achtung. Du bist ein Auto? Ich hab auch ein Auto. Der liegt mit der Muniz. Ja, ja. Da ist die Schuss. Achso. Ressich, hol dich. Ja. Okay, passt. Nice, Bender. Nice. Und ab. Weg von der Stadt, weg von der Stadt, weg von der Stadt, weg von der Stadt. Äh, Rossock, Rossock. Weg von der Stadt, egal. Ich glaub mir, der Schulte in der Bruder nicht kommt. Okay. Äh, lass mal da looten. Ach nee, wir müssen ihn zurückholen. Wollen wir gleich nach vorne ist Dings Wiederbelebungsdinger da. Wo ist das? Hier gleich. Vorher. Hier sind welche. Hier sind welche? Hier könnten welche sein. Hier wurde gelootet. Ja. Es hat er auch gemeint, dass hier könnte jemand sein. Äh, nach hinten aufpassen. Nicht, dass die Dudes von Severn auf euch zu pushen. Hm, shit, ich brauche alles. Eine andere Seite sind auch noch zwei Häuser. Okay, wir haben jetzt, wir haben hier zwei Autos. Äh. Ich hör' nimmer. So, ich, ich nehme erst mal das Weiße vor. Sexerscope an die Schultwiese. Das ist ja auch wichtig. Äh, was? Jamer Puck. Hast du ein Sexerscope? Ja. Kann ich da haben? Oder brauchst du es selber? Äh, ich brauch's selber. Okay. Du nimmst schon ab, Jammer Packet. Ja, äh, kann ich nehmen. Ich hab' nämlich nur ein zweier Rucksack. Ich hab' nur Schrott, ey. Ach, da ist eine Schrott-Flinte. Ich hab' nur den noch hoch, den noch hoch, Binder. Gleich. Ich guck' gerade, ob ich hier noch was ordentliches finde. Zack. Theoretisch könnte man die Dudes smocken, wenn die aus, so werden die rauspuschen. Aber ich hab' halt nur für die, für meine Smartphone. Pass auf, du bist schon am Fenster zur Richtung zu rennen. Wenn du was zum Trinken hast, dann haut dir eine Dose rein. Du hast kein volles Leben. Ich weiß. Du bist gleich eine Mini, ich lieg' da oben, äh, Ress. Ne Mini? Ja. Und vierfach, da möchte ich noch nicht. Das ist very good. Du brauchst schon vierfach Binder. Ne, ich hab' schon nachter, ich hab' macht da. Okay, okay. Von rechts Ball jetzt auch irgendwo. Ja. Mach' ich nur noch ne Ding, so ne Sturmgewehr, dass du weißt. Da ist 7, 6, 2, 1, 2 Meter Munition. Mal bisschen Richtung Süden, da ist auch irgendwas. Da schießt jemand. Nichts aber in die andere Richtung, Binder. Da hinten ein. Nein, weiter rechts. Ja, 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 ja. Aber rest, rest, lass' weiterfahren. Ja, ja, ja. Ich bin noch nicht sehr happy mit meinem Loot. Ey, ey, ey. Aber, ich höre jetzt mal. Rest, fahr' direkt weiter, fahr' direkt weiter. Wo soll' wir uns treffen? Wo schien' hier anfahren? Ja, kannst du machen. Oder Schule? Schule, ich schau' aber dann Ding, ich bin jetzt wahrscheinlich, wieder draußen. Ja, Pochinki scheiß drauf. Oder da hin. Oder du gehst hier hin. Ja, das ist gut. Ja, nimm irgendein Bahnhaus. Wir sind schon unterwegs. Das krasse ist, dass für uns wird geballert, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh. Das war knapp. Direkt rum, ja, aber das hört sich nach Porta an. Oben, rechts. Ober, rechts. Ja, fahr' einfach in die Zone, der wird schon sterben. Ja, ja. Links ist die Brücke, oder wo willst du hin? Ne, hier unten ist auch ne Brücke. Okay. Shit, Auto, Bender. Hinter dir fährt ein Auto. Der wird, der kommt zwischen uns. Der kommt zwischen uns beide. Der fährt zur selben Brücke. Du kannst den Ambushen. Der kommt über dieselbe Brücke jetzt gleich. Zusammen mit mir. Wer von euch ist schneller? Ich bin schneller. Ne, der ist nicht mehr hinter mir. Der hat irgendwie scheiße gebaut, wie es aussieht. Keine Ahnung. Ist weg. Ach süß, Mountainbike in den Koffer raucht. Ja. Da ist die Ding. War da hier nicht irgendwo die Ding? Das ist... Okay, weiter, weiter. Egal. Einfach weiter. Okay, wir fahren zu Zoldberg. Wir sind schon unterwegs. Ja, macht schon Laune, ey. Ganz ehrlich, bisher finde ich das Match cool. Da müsste ich gar nicht nach hinten schießen. Oh, schip, 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 schip. Auto, 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 hinter uns. Ich bin gestorben, weil mein Auto explodiert ist. Ja. Ich konnte nichts machen. Wäre besser gewesen, wir wären zu zweit geblieben. Hier ist das Problem, wenn du alleine im Auto fährst, kannst du nicht schießen und fahren gleichzeitig. Soll ich probiere ein bisschen, äh, ich fahre nicht direkt zu dir. Ich probiere dir erstmal abzuhängen. Und außerdem suche ich mir erstmal noch ein neues Auto. Hier hat schon jemand gelootet, aber ich glaube, dass die Buddies, die mich gekillt haben, dass die nicht schlecht sind. Sind auch nicht schlecht, die haben mich fast gekriegt. Ey, sollt liegt da irgendwo im Benzin-Kanister. Nö. Scheiße. Kein Auto. Ah! Aber ja, jetzt müsst ihr euch, äh, ins Zeug legen, Leute. Die Typen sind nicht schlecht. Ich habe es gesehen. Ich muss mich erstmal heilen. Also, vielleicht ein Energy Drink für mich oder so? Ich habe nicht mal den Helm. Oh. Lass uns die Häuser da nehmen, da nur noch, das Grün und das Weiße. Gleich. Und links wird geballert. Also aufpassen, rote Zone kommt. Oh. Achtung, alles nicht mehr verlassen, wenn es geht. Rest, wir hätten ein Auto nehmen sollen. Wirklich? Muss mir der VW spielen. Bender, was machst du? Bender, bist du AFK? Der ist in den Baum. Ja. Boah, Junge, puller doch auch ohne Ende. Den kannst du ja schmeißen. Das ist der Grund, wieso ich nie VSS spiele. Oh, oh. Ich habe einen Spieler. Ja. Oder? Könnte sein. Könnte sein. Trifft aber auch nicht viel. Oh, nein. Hä, du bist genau drauf. Also, du siehst es bei mir so aus. Wir haben einen Bullet Drop an der Ende. Ja, aber wenn du mit dem Zykarts drauf bist, dann trifft die schon. Das dauert noch. Was, Bender? Scheiße. Warum hast du nicht vorher drauf geguckt? Ich muss kurz das Internet fixen. Alles klar. Ja, okay. Na, Bender-PC. Noch lebt der Bart. Ah, ich muss nicht. Nice. Auto. Okay. Move it. Ich bin wieder da. Woll zu dir. Ich muss kurz starten. Nimm die Ace. Okay, ich fahre weiter. Aber es sind mehrere. Ich bin aber anscheinend. Ich bin aber anscheinend netzlos. Shit, Bender ist nur noch gut. Ja, mein Papier startet sich gerade erst. Was ist passiert? Ja, ich habe eine verdammte Internetsperre drin. Da stehe ich bei Sightburg verdanken. Das ist ja echt gemein. Ey, da war eine Crate auf der Dingsstelle. Ja, ich weiß, da wurde ich oben drauf. Dinger schießt das nicht. Wurde her? Hä? Von oben. Nee, von hinten. Von hinten. Ja, 300. Links. Da hinten. Geißer. Das ist der Kasper von vorhin. Das gibt's ja nicht. Spiel wird gestartet, endlich. Vorsicht, das schießt einer auf dich. Bin ich tot, oder? Du lebst noch. Du hast Munition und Ende. Einfach drauf. Schau mal, hast du einen Extended Mag für die VSS? Nee. Sightburg, wenn du brauchst, kannst du mich ruhig umbringen. Nein, du kommst gleich. Hoffentlich. Ich werde jetzt gleich auf dich zugepusht. Der Typ im Haus. Rest steht eigentlich bei mir, damit ich verlassen hab, oder? Nee, nee, du stehst einfach nur auf dem Dachboden. Du stehst auf dem Dachboden rum und guckst aus dem Fenster so. Perfekt. Und zwar seit gefühlt irgendwie zehn Minuten und es passiert nix. Du hast so ein sehr großes Glück. Hoffentlich komm ich wieder rein. Stell dir mal vor, ich komm jetzt so nicht mehr rein in die Runde. Doch, doch, doch. Das ist alles doch gut. Normalerweise komm schon. Hoffentlich. Oh, jetzt kommt die Zone. Jetzt muss ich beeilen, ey. Du hast dich eingeloggt. Nice. Ich bin jetzt wieder drin. Du hast einen Chama. Ich hab einen Chama Pack, ich hab einen Chama Pack. Komm schon, komm schon. Salpberg, Rache ist Blutwurst. Komm, 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 lauf, 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 lauf. Ja, mein Spiel startet. Nicht du, ich meine mich. Irgendjemand ballert auf mich noch. Wieso? Ist doch der Ballert auch nicht, weiß ich vorher. Ja? Oh Gott, was ist das für ein Spiel, Alter? Nee, das ist Hage. Ja, das ist Hage. Stimmere, das ist Hage. Nein. Es ist schon von weit, weit weg, ballert jemand auf mich. Ultraweit, man muss ultraweit weg sein, ja. Oh. Und Schally. Oder ist es, oder ist es Bender? Nein, nein, ich hab kein Schally. Nein, ich kriege. Ich muss mich hoch, ich muss mich erstmal healen. Irgendjemand schießt die ganze Zeit mit dem Schally auf Soldberg. Also, der muss einer sein. Da muss er sich nicht machen. Bei mir heißt es überleben erstmal. Also, ich kriege in die Zone, ist mir alles wurscht. Ich hoffe, dass ich eine Leiche... Ja, damit du eine Leiche bist, oder was? Nur, dass ich eine Leiche finde. Ey, unglaublich. Okay. Sind jetzt wahrscheinlich noch drei Teams. Oh, da ist eine Leiche, Leiche vor mir. Ich kriege, 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 gut, 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 weiter, 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 hinter den Stein, okay. Ich bin in der Zone, ich habe überlebt. Ich habe kein Energy Drink. Der hat eine Vektor in M416. Was machen wir? Oh, ne, wir kriegen wahrscheinlich Häuserkampf. Ja. Und jetzt hat jetzt noch zwei... Er ist noch ein Viererteam und noch ein Dude alleine rum. So tippe ich. Du hast jetzt noch ein Profi Viererteam und ein Dude rennt noch alleine rum. Übrigens, du kannst die, äh, das Magazin in die VSS reinpacken, wenn du dann snipen bist, dann hast du mehr Schuss. Brauchen wir VSS Netz oder Dings Magazin? Das nimmt die ganz normalen Standard, ähm, AR-Magazin. AR-D-Mer. VSS ist eine D-Mer, deshalb. Okay. Ich bin in der Zone, ich kriege weiter. Ne, bist du nicht. Jetzt nicht mehr, aber ich war in der Zone. Was sind denn, ich wusste nicht, wo sind die Jocken in irgendeinem Haus? Das sind sieben Stück. Wir müssen warten, dass die sich halt plärrt machen. Boah, ich kenne so olden aus hier. Ja, aber ich tippe 1 zu 4 wird es halt sein, das ist das Problem. Aber, ich kann mich irren, es kann auch sein, dass es 3 gegen 2. Moment, ich muss hier zu sitzen. Chris, Chris, Guck mir mal zu. Erkennst du das Auto? Ja, das ist die, das Kind von der... Ja, du hast recht. Da vorne ist einer. Ich glaube da, vor dem Haus, hopfte einer rum. Direkt vor dir? Ja. Nimm nicht die Drango noch mal. Direkt vor Ben, da ist einer vorbeigelaufen, 20 Meter. Nimm mal! 20 Meter vor ihm. Scheint aber ein Bot zu sein. Ne, der ist kein Bot. Der ist kein Bot, der Typ. Niemals. Ey, wenn ich dem jetzt so schön Hedi geben könnte... Ich würde ihn auslachen. Nimm, der sucht dich. Ich bin hier erstmal safe. So, du musst irgendwo ins Kippe schreien. Die sind sind am suchen. Ja, ich weiß. Ja, das ist gut hier. Bleibt da liegen, Ben. Das ist ultra chillig. Ja, ja, bleibt da liegen. Jetzt kommt auch noch Nebel. Ja, nice. Oh, nee. Wir dürfen auf die andere Seite. Weiter, weiter. Jetzt könnt ihr pushen. Wir sind miteinander beschäftigt. Nein, den 2. Rechts, 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 Bänder, rechts. Rechts von dir. Oh, nee, das ist heute. Oh, ich geh in die Herzen einfach. Ich stehe in die Herzen. Oh, rechts. Okay. Einer ist vom... Ist einer... Einer ist durch die Zone gestorben? Achtung, Zeit, Böcke. Irgendwo hier vorne könnte noch einer sein. Ah, da oben auf dem Dach. Da oben auf dem Dach ist einer. Selber, Marker. So, der Marker bei dir auf dem Dach. Der ist Killkafen mäßig auf dem Dach, ja. Komm schon, zeig dich. Der hat mich gesehen? Ja. Zack. Ich weiß, dass du da bist, Ladner. Die killen sich gegenseitig. Die wissen nicht, dass ihr zwei Teams seid. Der ist da oben. Nice. Den killen die Zone jetzt. Nimm die Ace. Ja, wie geht denn das, bitteschön? Um auf dem Dach. Ist noch einer. Um auf dem Dach. Um auf dem Dach. Ich weiß, du wo auch im Dach. Lauf. Lauf, 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 rennen, 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 rennen. Die sind hinter dir. Ja, das ist schade. Der oben war noch. War noch einer. Zone hat ihn gekillt. Oh, links zwei Stücke. Oh, yeah. Aber Zweiter gewonnen. Das war schön. Ja, das ist Zweiter. Oh, war das krass. Oh, war das krass.